Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video möchte ich mal diese PC-Analyzer-Karten zeigen. Die taugen meines Erachtens gar nichts. Irgendwie helfen die nicht. Und das sieht man hier schon ganz schön bei diesem Mainboard. Das ist kaputt, wird aber trotzdem als funktionierend angezeigt, verhält sich aber immer unterschiedlich. Also irgendwo ist da ein Defekt drauf. Diese Karten, die steckt man in das Mainboard rein und die zeigen dann verschiedene Status-Codes an. Die sieht man hier 26, 25. Dann gibt es hier noch ein paar LEDs, die dann entsprechend leuchten, was die Spannungsversorgung betrifft. Und da kann man den Code ablesen. Manchmal gibt es auch Mainboards. Da sind diese Anzeigen, diese sieben Segment-Anzeigen, auch hier neben schon irgendwo drauf. Da kann man es direkt ablesen. Das ist eigentlich ganz prima. Aber diese Karten werden eben verkauft, damit man eben Fehler finden kann hier drauf. Aber praktisch hat sowas mir bisher noch nie geholfen. Das hier, das ist ein Gigabyte-Mainboard. Und das ist ein P55A-UD4. Und da sieht man, das ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch aktuell verwendbar. Und das hat ein Problem, das funktioniert ganz gut. Und hier oben wird dann ab und zu eingeblendet. Disk Boot Failure. Das heißt, das findet sein Boot-Medium nicht, obwohl es hier eingesteckt ist. Hier hinten, da ist ein USB-Stick reingesteckt. Das ist ein Windows 10 USB-Installation-Stick. Und der funktioniert ganz super gut, auch in anderen Rechnern. Und den habe ich hier reingesteckt. Und ab und zu bootet das Mainboard ohne Probleme davon, direkt nach dem Einschalten. Und ab und zu nicht. Wie es gerade lustig ist, also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe auch im BIOS schon jede Menge eingestellt. Hat alles nichts geholfen. Und das Mainboard hatte ich vom Zuschauer gekriegt. Und der hat auch eben das gleiche Problem gehabt. Ich kann den Rechner einfach mal neu starten. Kann hier mal Reset durchführen. Und dann sieht man hier auf dieser Seite verschiedene Codes, die da angezeigt werden. Und dann bootet das Mainboard neu. Versucht jetzt irgendwo von zu starten. Von einem USB-Stick oder eben von einer SATA-SSD, von einer Festplatte. Und da ist ja nur der USB-Stick drin. Und hier gibt es eine Fehlermeldung. Und die gibt es immer nur ab und zu. Manchmal funktioniert es. Ich habe jetzt wieder neu gestartet. Und siehe da, da gibt es Loading Operating System. Und da hat man kurz das Windows 10 Logo gesehen. Der startet also jetzt von dem USB-Stick, der hier hinten drin steckt. Und hier sieht man die Karte. Die hat immer den gleichen Statuscode. 2625. Ganz egal, ob das hier funktioniert. Ob es jetzt hier den USB-Stick findet. Oder eben eine SSD. Oder auch nicht. Also die Karte, die hilft da jetzt gerade mal gar nichts. Und da bootet er jetzt ganz tadellos von dem USB-Stick. Und möchte hier Windows 10 installieren. Manchmal geht es nicht. Es ist ungefähr so 5050. Jetzt ist das Mainboard aus. Und ich schalte es hier mal ein. Und da sieht man die Funktionsweise. Da sind viele Codes zu sehen. Die kann man dann in diesem kleinen Büchlein hier nachschlagen. Zeige ich gleich mal. Und das ist aber immer ein Ablauf bis zu 2625 bei dem Award BIOS. Und dann gibt es entweder hier oben eine Fehlermeldung oder halt auch nicht. Auf der Karte sind noch verschiedene LED-Lichter drauf. Die sind teilweise selbsterklärend. Hier minus 12 Volt leuchtet rot. Plus 12 Volt leuchtet auch rot. Plus 5 Volt leuchtet. Und hier unten noch plus 3,3 Volt. Kann man schlecht lesen. Also die Spannungen, die sind okay. Die hier von der Karte ermittelt werden. Das ist alles okay. Die Glock-LED hier oben, die leuchtet immer. Wenn ein Takt da ist, dann scheint das System zu funktionieren. Die Ready-LED hier unten, die ist im Normalfall auch immer aus. Die leuchtet nur ab und zu mal. Oder wenn man das System einschaltet, das ist soweit normal. Dann gibt es hier noch diese Frame-LED. Wenn Daten übertragen werden über den Bus, dann leuchtet die ab und zu mal auf. Und hier unten gibt es noch Reset. Und wenn man den Reset-Schalter betätigt, dann leuchtet die mal kurz. Also wenn die immer leuchtet, dann liegt da mit einem Mainboard ein Problem vor. Drücke ich mal auf den Reset-Schalter, dann sieht man die LED kurz leuchten. Und jetzt habe ich den Reset ausgelöst über den Schalter hier drüben. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Dabei ist bei solchen PC-Analyzer-Karten, Diagnose-Karten, wie man die nennen möchte, auch gern nochmal so ein Display an einem Kabel. Da kann man das irgendwie rauslegen. Man kann das ein bisschen besser ablesen. Wobei hier das nicht so richtig leuchtet. Aber man sieht schon, da werden 26, 25 angezeigt. Also genau die gleichen Codes wie auf der Karte selber. Auf dieser Diagnose-Karte, da ist auch noch ein kleiner Lautsprecher drauf. So ein Buzzer, das ist der hier. Und den kann ich verbinden mit dem Mainboard. Mit diesem Kabel, was dabei liegt, wird hier aufgesteckt. Jumper 2 steht hier drauf. Und dann geht es hier unten aufs Mainboard drauf. So sieht man das ein bisschen besser. Und dann kommen dann die Pieptöne hier aus der Karte raus, wenn hier kein Lautsprecher ist. Und da ist auch kein Lautsprecher. Komischerweise, meine Karte hier, die macht eigentlich keinen Ton. Die knackt nur mal ganz kurz. Also das Mainboard piept überhaupt nicht. Weder beim Einschalten noch irgendwie anderweitig. Und wenn ich hier so einen Buzzer draufstecke, hier direkt drauf, dann piept der auch nicht. Also das Mainboard macht überhaupt keinen Ton. Auf der Karte sind ja vier Ziffern zu sehen, beziehungsweise vier Zeichen genau genommen. Da sind ja hexadezimale Zahlen, die da angezeigt werden. Und da sind ja sieben Segmentanzeigen, die auch Buchstaben darstellen können. Und hier sieht man jetzt vier. Das heißt, zwei linke und zwei rechte. Und auf der linken Seite, die beiden, die zeigen den aktuellen Zustand des Boards an. Also in diesem Fall 26. Und hier rechts wird angezeigt eine 25. Das war der Zustand des Boards vor der 26. Also hier das Aktuelle und hier das Vorhergehende. Im Handbuch gibt es eine Tabelle mit diesen Codes. Und das ist jetzt die Seite mit dem Code Nummer 26. Und es gibt ja verschiedene BIOS-Versionen. Award, Army und Phoenix. Und je nachdem, was für einen BIOS man hat, bedeutet das dann auch unter Umständen was anderes. Und hier in diesem Gigabyte Mainboard ist ein Award BIOS drin. Das ist dieses, also muss ich in dieser Spalte gucken. Und 26 steht dann eben für folgende Situation. Da steht dann hier 1 und 2. 1 dann hier Protected Mode Test. Dann wird der Speicher und die CPU gecheckt. Und das ist ja auch erfolgreich, soweit man das hier sehen kann. Und dann gibt es hier noch das VGA-Display. Auch alles okay. Und da versucht er dann hier auf das Betriebssystem zuzugreifen. Das ist ja auch alles richtig, aber manchmal macht er das, manchmal macht er das nicht. Und da bringt einem natürlich jetzt hier dieser Eintrag auch nichts. Davor hat er eben noch den Slot 5 initialisiert. Und das ist wahrscheinlich der Slot, wo die Karte drin steckt. Hier gibt es noch einen Taster, Taster S1. Und wenn ich da drauf drücke, da passiert hier in meinem Fall gar nichts. Entweder ist der Taster kaputt oder hier ist das Ganze dann eben deaktiviert im BIOS von der Karte. Und könnte natürlich sein, normalerweise kann man sich hier jetzt die anderen Codes angucken. Also die älteren, die davor angezeigt wurden, wenn man das Board eingeschaltet hat. Jetzt hat er hier wieder gebootet. Ich habe das Ganze bestimmt jetzt hier 20 Mal probiert. Und ungefähr 15 Mal hat es geklappt mit dem Starten. 5 Mal gar nicht. Da hat er den Stick nicht gefunden oder wollte nicht von booten. Und hier der Code 26. Das passt natürlich mit dem, was man da gesehen hat. Also jetzt stimmt es, aber manchmal eben nicht. Und da hilft mir natürlich die Karte jetzt beim Finden von dem Fehler bei diesem Board auch nicht. Da muss man eben jetzt bei der Fehlersuche wieder manuell vorgehen. Und Video blende ich hier oben ein. Hatte ich ja auch bei anderen Boards schon gemacht. Schon versucht. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Kann die Batterie sein. Das kann eben aber auch das BIOS sein. Kann der BIOS Baustein sein, dass der der Fakt ist. Oder irgendwo vielleicht im BIOS mal irgendein Byte umgekippt. Es könnte natürlich sein, dass das BIOS mal neu geflasht werden muss. Und das seht ihr alles in den entsprechenden Videos. Auch in der YouTube Videobeschreibung. Aber bei dem Problem hilft mir eben die Karte jetzt mal rein gar nichts. Da habe ich mal ein anderes Mainboard angeschlossen. Das ist ein Asus Mainboard. Ein sogenanntes Digital Home Mainboard. Ein P5W DH Deluxe. Und die Grafikkarte ist genau die gleiche Grafikkarte wie eben. Und hier steckt die Karte drin. Und man sieht schon das Problem. Hier werden so alternierend verschiedene Codes angezeigt. Man kann die eigentlich gar nicht lesen. So schnell wie das hier flackert. Und das Board macht überhaupt nichts. Ich habe hier einen Lautsprecher angeschlossen. Direkt mal. Und der piept nicht. Da gibt es keinen Ton. Und man kann damit mit diesen Codes jetzt auch nicht wirklich viel anfangen. Da ist die Aussagekraft doch eher gleich null. Hilft also jetzt auch nicht weiter. Und wenn man die Karte hier rauszieht und das Board ohne diese Karte betreibt, dann funktioniert es genauso wenig. Bildschirm bleibt schwarz, wie man hier drüben sieht. Piepen tut es überhaupt nicht. Lässt sich aber einschalten. Was auch immer das hier sein mag. Ich habe die Karte mal in einen anderen Slot reingesteckt. Da auch immer genau das gleiche. Und hier ist nichts wirklich ablesbar. Und hier drüben das Netzteil. Das ist okay. Ist das gleiche Netzteil wie eben. Und auch die Spannungen, die sind alle okay. Minus zwölf, plus zwölf Volt. 3,35 Volt sind okay. Und hier die Clock-LED, die leuchtet auch hier oben. Die unteren drei, die sind aus. Ich kann mal Reset drücken. Und das hat auch geklappt. Da hat es mal kurz geflackert. Und jetzt sollte das Board neu starten. Tut es aber jetzt nicht wirklich. Zumindest nicht so, dass man es erkennen kann. Ich drücke nochmal Reset hier mit. Und da passiert nichts. Mal abgesehen davon, dass eben hier die LED mal kurz aufflackert, wenn ich hier drauf drücke. Also insofern reagiert das schon. Aber da ist die Karte jetzt auch keine Hilfe bei der Diagnose von dem Fehler bei dem Board. Ich schalte es mal ohne Grafikkarte ein. Und mal gucken, ob da irgendwas anderes passiert. Hier drüben Netzteil läuft, Lüfter läuft. Hier gibt es auch wieder eine Reaktion, aber keine sinnvolle. Hier ist auch eine LED drauf. Die ist hier unten so ein bisschen versteckt. Die leuchtet auch grün. Also Strom hat das Ganze schon. Und normalerweise müsste es jetzt piepen. Ich habe hier den Buzzerjahr dran. Ohne Grafikkarte gibt es ja direkten Fehler, aber nicht so hier. Ich habe jetzt auch mal das RAM-Modul rausgenommen. Hilft hier auch nichts. Und ich habe ansonsten schon alles hier überprüft. Ich habe nach Kondensatoren gesucht, die eventuell ausgelaufen sind. Ist aber nichts zu finden. Also Kondensatoren sehen alle okay aus. Ich habe die BIOS-Batterie rausgemacht und habe das Ganze mal ohne Batterie liegen lassen. Hat aber auch nichts gebracht. Ich habe hier auch mal einen anderen Prozessor probiert. Hat auch nichts geholfen. Also irgendwo hat das Board hier schon defekt. Und der wird dadurch leider aber auch nicht diagnostiziert. Wieder ein anderes Mainboard. Wieder ein anderes Problem, wie man hier sieht. Das habe ich eingeschaltet. Und funktioniert auch soweit. Läuft an, aber Bildschirm bleibt schwarz. Aber Codes werden hier keine angezeigt. Und das hier, das ist ein SROG-Mainboard. Ein 4-Core-Dual-SATA2. So heißt das. Steht zumindest hier so drauf. Und das lässt sich einschalten. Aber sonst passiert da nichts. Da piept auch nichts. Ich habe hier mal den Lautsprecher angeschlossen. Und da wird kein Bild angezeigt. Und da sind hier als Codes einfach nur 4 Strichlein. Ich drücke hier mal auf den Reset-Knopf drauf. Mal gucken, was da passiert. Da passiert gar nichts. Und da gibt es überhaupt keine Änderungen. Und der Lüfter, der hält auch nicht an. Ich schalte es mal aus an dem anderen Schalter. Mal gucken, ob sie es ausschalten lässt. Das ist auch nicht immer der Fall. Und das funktioniert. Und hier hat ja die Reset-LED geleuchtet. Ich schalte es nochmal ein. Und die leuchtet gleich hier. Also da stimmt irgendwas mit der Hardware nicht. Aber was genau? Da hilft mir die Karte auch nicht beim Fehler finden. Bei dem Board liegt also permanent ein Reset-Signal an. Sieht man eben daran. Ich drücke hier drauf und da passiert nichts. Keine Änderung, weil eben hier das Reset-Signal schon permanent da ist. Und da kann ich natürlich jetzt aber auch keine Codes ablesen. Und ansonsten bin ich eben bei der Fehlersuche wieder auf mich selber angewiesen. Und muss eben hier versuchen, den Fehler händisch zu finden. Karte hilft hier auch nicht. Ich habe mal die Grafikkarte rausgemacht und das RAM-Modul auch. Und mal gucken, ob sie es einschalten lässt. Funktioniert tatsächlich. Aber hier kommt auch kein Piepton raus. Und hier passiert auch nichts. Also jetzt müsste da zumindest mal ein Error-Code angezeigt werden, dass die Grafikkarte fehlt oder dass es RAM fehlt. Es müsste mal piepen. Und das passiert nicht. Immerhin das Reset-Signal ist weg. Ich habe mal ein anderes RAM-Modul reingesteckt. Das Baut kann DDR1 und DDR2. Und das hier war ein DDR1-Modul. Funktioniert in einem anderen Rechner prima. Das war hier im Blauen drin. Habe ich rausgemacht und DDR2 reingesteckt. Funktioniert aber auch nicht. Grafikkarte ist natürlich keine drin. Aber hier gibt es wieder das Problem mit dem Reset. Und das liegt wahrscheinlich am RAM-Controller. Kann man mal so vermuten. Aber wie gesagt, da viel weiter kommt man damit jetzt auch nicht. Hier habe ich wieder ein Gigabyte-Mainboard. Und das funktioniert diesmal. Das wusste ich aber schon vorher. Ich schalte es mal ein. Und da sieht man auch die ganzen Codes. So soll das sein. Und so bringt einem das was. Zumindest dann, wenn Codes angezeigt werden. Und das ist ein Gigabyte, ein G31M-S2L-Mainboard. Und da gibt es auch dann direkt ein Bild. Und da bootet er hier von dem USB-Stick, den ich da hinten reingesteckt habe. Und da sieht man auch wieder, die Spannungen sind all okay. Ist natürlich auch das gleiche Netzteil. Und hier oben leuchtet Clock. Das ist auch okay. Hier unten die drei, die leuchten nicht. Die sehen nur so ein bisschen aus, weil da das Licht von der Seite so rein scheint. Und hier funktioniert auch der Lautsprecher. Den habe ich hier auf das Board aufgesteckt. Und da zeigt die Karte auch wieder an 26, 25. Genauso soll das eben auch sein. Der Umschalter, der funktioniert auch hier bei dem Board nicht. Könnte sein, dass hier diese Diagnosekarte einen Defekt hat. Oder dass das vielleicht irgendwie deaktiviert wurde durch den Hersteller. Ich drücke hier nochmal auf Reset drauf. Und dann sieht man hier diesen Initialisierungsvorgang so, wie er sein soll. Und da hat man gesehen, hier unten, da hat auch Reset kurz aufgeleuchtet. Und hier die entsprechenden Codes. Und da leuchten auch Ready und Frame. Also die Karte als solches funktioniert schon. Bringt halt sehr wenig bei einem entsprechenden Mainboard, was da defekt ist. Ich habe diese Diagnosekarte und andere Diagnosekarten auch schon ausprobiert. Auf Dutzenden von Mainboards. Und da wird im erfreulichsten Fall immer was angezeigt. Dann funktioniert das Mainboard aber auch meistens. Und wenn es kaputt ist, dann flackert da irgendwas. Oder es wird gar nichts angezeigt. Das bleibt natürlich auch ganz dunkel. Und das bringt natürlich alles irgendwie relativ wenig. Und diese Standarddefekte, wie zum Beispiel defektes Netzteil, was man hier angezeigt bekommen kann, das findet man natürlich auch raus durch einen Netzteiltester. Und das natürlich schneller und effektiver. Ich habe natürlich bei allen Boards, die man hier sieht, die nicht funktioniert haben, schon die CMOS-Batterie ausgetauscht. Ich habe den CMOS-Speicher zurückgesetzt. Ich habe andere RAM-Module probiert. Ich habe andere Prozessoren probiert. Die Lüfter, die können unmöglich hier zu klein sein. Also überhitzen tun die nicht. Und vor allem natürlich auch nicht direkt beim Einschalten. Ich habe schon versucht, das BIOS auszubauen, zu flashen. Hat teilweise auch nichts gebracht. Ich habe nach defekten Kondensatoren gesucht. Hat auch nichts gebracht. Da waren keine drauf. Also diese Defekte, die liegen wahrscheinlich an irgendeinem Baustein an der North Bridge. Zum Beispiel kann sein, dass so ein Board mal überhitzt ist. Aber alle solche Sachen kriegt man natürlich mit so einer Karte nicht raus. Wenn man ein defektes RAM-Modul hat, dann piept der Lautsprecher ja meistens. Da braucht man die Karte eigentlich auch nicht. Bei einer defekten Grafikkarte wird auch meistens gepiept. Da kann man sich die Karte sparen. Und da kann man einfach mal eine Karte tauschen. Das geht ja ruckzuck. Und dann sieht man, ob es funktioniert. Wenn euch so eine Karte schon mal was gebracht hat, schreibt es einfach in die Kommentare. Das interessiert mich mal auf jeden Fall. Andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Wenn ihr andere Karten habt oder irgendwie bessere Diagnose-Systeme, schreibt es auch einfach mal rein. Und dann schaue ich mir das mal an. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die auch unten in die Kommentare. Guckt mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch Links zu anderen Videos, wie man Mainboards oder PCs reparieren kann. Da findet ihr auch Links zu Ersatzteilen, zu Komponenten und alles, was man so braucht, um einen PC wieder anstand zu setzen. Besucht mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier. Da gibt es noch über 380 Artikel, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Notebook repariert, wie man seinen Drucker repariert, wie man Windows 10 schneller macht und noch jede Menge andere Sachen. Besucht mal die Seite tooltime.pedia. Die seht ihr hier und die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und auf der Seite tooltime.pedia findet ihr über 100 verschiedene Hardware-Produkte aus drei Jahrzehnten. Da findet ihr Festplatten, Grafikkarten, Mainboards. Da findet ihr Prozessoren. Da findet ihr auch Software, was die gekostet hat, was die damals gekostet hat, was die jetzt noch kostet, was die damals konnte und was die heute noch kann. Und da gibt es hier eine entsprechende Rubrik. Da könnt ihr auch auf das Ja klicken und könnt euch die ganze Hardware chronologisch anzeigen lassen. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an. Da sind jede Menge Sachen für euch. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.